Nach Sieg, will GNTM Toni dem Laufstück den Rücken kehren? Die diesjährige Gewinnerin von Heidi Klums, 45, Castings Hogemannius Next Topmodel heißt Toni, 18. Die hübsche Stuttgartrin galt nicht erst kurz vor dem Finale als Favoritin. Mit ihrem grazilen Laufstil und ihrem aufgeschlossenen Charakter setzte sie sich gegen alle Konkurrentinnen durch. Aber wie sieht es jetzt, zwei Monate nach ihrem Sieg, mit ihrer Katwalk-Karriere aus? Fest steht zumindest, für die 18-Jährige steht nicht unbedingt die Fashion-Welt im Fokus. Ich plane einen Umzug nach Berlin und will hier TV-Moderation, Schauspiel und Medienkommunikation studieren, verriet das Nachwuchs-Manneker kürzlich gegenüber dem Magazin Closer. Das klingt nicht gerade so, als ob ihre Fans zukünftig auf vielen Zeitschriften Koffern finden werden. Dabei müsste die Beauzie ihr Metier eigentlich nicht wechseln, der Erfolg blieb nach ihrem Fernseauftritt nicht aus, so lief sie auf insgesamt fünf Schauen im Rahmen der Berlin Fashion Week im Juli, unter anderem buchte sie auch der GNTM-Mentor Michael Michalski, 51. Das sich nicht als Überkopf ins Model-Business stürzen möchte, stellte sie bereits Mitte Juni im Promiflas-Interview fest. Es stehe bei ihr eine Menge an, sie wolle sich allerdings ein wenig Zeit in ihrer Laufbahn lassen, ich möchte jetzt nicht alles zu hektisch hinter mich bringen, weil ich wirklich noch weiß, dass ich einen sehr langen Weg vor mir habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017